In diesem Video zeige ich euch drei Varianten, wie man den Prozentwert ausrechnen kann mit drei verschiedenen Aufgaben. Das geht als erstes mit Hilfe des Dreisatzes. Dabei nehme ich an, dass der Gesamtwert den 100 Prozent entspricht, also 100 Prozent entspricht 140 Schülern. Dann kann ich auf kleinere Werte rechnen, zum Beispiel durch 10, dann komme ich auf 10 Prozent, muss ich auf der linken Seite machen, muss ich auf der rechten Seite machen, das heißt auf der rechten Seite muss ich auch durch 10 teilen und weiß 10 Prozent entspricht 14 Schülern. Um auf die 45 Prozent zu kommen, muss ich noch ein bisschen kleiner werden, das heißt ich gehe noch mal auf 5 Prozent runter, teile die linke Seite durch 2, das gleiche mache ich mit der rechten Seite und weiß 5 Prozent entspricht 7 Schülern. Von den 5 Prozent kann ich dann leicht auf die 45 Prozent schließen, indem ich mal 9 rechne, was ich ebenfalls auf beiden Seiten mache und die Aufgabe ist gelöst. Es sind 63 Schüler. Noch ein bisschen einfacher geht es mit der Multiplikation. Dazu muss ich nur wissen, dass 8 Prozent das gleiche ist wie die Kommazahl 0,08 und dann kann ich einfach das Produkt aus den beiden ausrechnen, also 0,08 mal 320 Euro in dieser Aufgabe. Das Ganze mache ich per schriftlicher Multiplikation, 3 mal 8 sind 24, 2 mal 8 sind 16, muss ich diese beiden noch addieren, 0,652 und dann muss ich noch gucken, wo das Komma hin muss. Da sind oben insgesamt zwei Nachkommastellen, also auch im Ergebnis zwei Nachkommastellen, das Komma muss dorthin. Schreibe ich noch oben das Ergebnis hin, das Ergebnis ist 25,60 Euro. Dann habe ich auch die zweite Variante fertig gelöst. Dritte Variante ist die, dass ich eine Formel gelernt habe, die man in Mathebuch findet. Die lautet in der ersten Variante W ist gleich G mal P Prozent, das ist das, was wir an zwei gemacht haben. Man findet aber auch manchmal, dass da nur steht W ist gleich G mal P und statt des Prozentzeichens teile ich durch 100 danach. Jetzt nehme ich also die zweite Variante und die Zahlen, die ich von vorhin hatte, das heißt also die 30 Kilometer mal die 12 Prozent, wobei ich das Prozentzeichen nicht hinschreibe, sondern durch 100. Das kann man auch schön einfach rechnen, 3 mal 12 sind 36, also 30 mal 12 sind 360. Da ist durch 100, muss ich einfach nur das Komma 2 stellen, nach links verschieben und schon habe ich das Ergebnis 3,6. Ich habe die Einheiten vergessen, Ordnung muss sein, also mache ich mir da ein bisschen Platz und ergänze noch überall, wo sie hingehören, die Kilometer als Einheit und dann ist diese Aufgabe auch schon gelöst. Ihr seht, alle Varianten sind nicht wirklich schwierig. Damit wünsche ich euch viel Erfolg bei euren Übungen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.